Outdoor-Spielplatz. Auf dem Riesenbubble, dem Wasserdonut und dem Turm sind natürlich die Schuhe auszuziehen. In diesen Bereichen ist das Essen nicht gestattet. Lasst eure Trinkflaschen bitte auf der Frühstücksterrasse stehen. Hier gilt selbstverständlich, nicht schubsen, nicht drängeln. Es ist ein großes Miteinander, also gebt bitte aufeinander acht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017